Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Wir machen heute mal wieder eine Pizza und zwar haben wir hier heute eine Blätterteig-Pizza und ob das Ganze schmeckt, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir brauchen für die Pizza natürlich erstmal etwas Blätterteig. Ich habe mir hier einen gekauft, der schaut ungefähr so aus. Den rolle ich gleich mal auf. Der ist ganz schön lang. Der ist auch etwas zu lang für unsere Backfolie. Also schneide ich den gleich mal ab. Einfach mal mit dem Messer ungefähr so breit schneiden, wie die Backfolie ist. Und dann lege ich den Teig mal da drauf. Dann komme ich mal hier mit so einem Roller. Da rolle ich mal über den Teig drüber. Das ist einfach dafür da, damit er nicht ganz so blätterig ist und aufgeht. Denn sonst zerläuft uns der ganze Belag, der drauf kommt. Ich habe das also mal hier gerollt. Dann kommt noch die Tomatensoße oben drauf. Die verstreiche ich mal schön. Einfach mit dem Löffel etwas verteilen. Dann kommt noch etwas Pizzagewürz oben drauf. Und natürlich noch etwas Käse. Den habe ich gleich schon mal gehobelt. Den gebe ich mal schön darüber. Und so schaut unsere Blätterteigpizza jetzt aus. Prinzipiell wie eine normale auch. Der einzige Unterschied ist der Teig. Mich hat das einfach mal interessiert, ob das schmeckt, ob man sich das öfter machen kann. Deswegen habe ich das auch mal gemacht. Das Ganze wird jetzt gebacken im Ofen bei ungefähr 250 Grad. Ich drehe hier diesmal nicht voll auf, denn ich will nicht, damit der Teig verbrennt. Also 250 reichen. Ober- und Unterhitze natürlich gut vorgeheizt. Und dann bleibt die Pizza so für 10 bis 12 Minuten da drin. Ich ziehe die immer hier auf das heiße Blech. Also das Blech ist schon heiß im Ofen mit vorgeheizt. Dann ziehe ich die Pizza drauf. Und dann stelle ich das einfach hier hinein. Und dann wird der Teig gleich unten schön kross, wenn man das aufs heiße Backblech zieht. Nach ungefähr 12 Minuten schaut das so aus. Am Rand sieht man schon schön, wie das blätterig aufgegangen ist. Der Käse blubbert auch schön. Ich gebe das wieder zurück hier auf die Arbeitsfläche. Dann entferne ich mal noch die Folie. Das Ganze ist natürlich heiß, also müsst ihr etwas vorsichtig sein. Lässt sich auch nicht ganz so leicht abziehen wie beim normalen Pizzateig. Der ist ja unten etwas fettig durch den Blätterteig. Da ist ja Butter drin. Und deswegen pappt das etwas. Ist aber nicht weiter schlimm. Geht trotzdem ganz gut ab. So schaut die Pizza jetzt mal aus. Am Rand sieht man schon, dass irgendwas anders ist. Also erahnen kann man es. Obendrauf sieht man jetzt nicht so den Unterschied. Ich schneide das jetzt auch mal an. Einfach mal hier mit einem scharfen Messer. Der Pizzaroller ist gerade in der Spülmaschine. Ich mache hier mal so ein paar Streifen. Und dann schneide ich mir hier mal noch so eine Ecke ab. Schneiden lässt er sich auf jeden Fall schon mal gut. So schaut es dann aus. Der Teig unten ist relativ dünn. Durch den schweren Belag und die Soße und den Käse ist er dann nicht so aufgegangen. Schmecken tut man den Blätterteig natürlich. Und am Rand ist er super aufgegangen. Ich muss euch allerdings sagen, man kann es schon mal machen. Aber wenn ihr den Blätterteig für irgendwas Süßes verwendet, schmeckt das etwas besser, finde ich. Also für Pizza ist er nicht so gut geeignet. Es war mal eine ganz gute Idee. Ich wollte es mal probieren. Aber eine Regelmäßigkeit mache ich da jetzt mal nicht draus. Wer es aber mal nachmachen will, kann das natürlich gerne probieren. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht essen kann. Es schmeckt schon ganz gut. Mit Nutella, was ich mir auf den restlichen Teig geschmiert habe, schmeckt es allerdings noch etwas besser. Also merkt euch, Blätterteig für was Süßes, Pizzateig für die Pizza. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Blätterteig-Pizza gemacht habt. Oder was ihr mit eurem Blätterteig prinzipiell so macht. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.